Jetzt kommt er hier, Oliver Kuletskow, im ersten Durchgang, ungültig. Kann sich eigentlich nur selber schlägen, tatsächlich. Unter freien Himmel ja schon an die 8 Meter rangesprungen. Unglaublich schnell, fliegt so elegant durch die Luft. Und ja, da ist der erste gültige Versuch für den starken Nachwuchsathleten, der uns schon im vergangenen Sommer so sehr begeistert hat. Da sehen Sie, was für eine Höhe er hier vom Brett mitnimmt und diese Geschwindigkeit, die er auf der Bahn hat, dann auch so schön in Weite umsetzen kann. 7,50 Meter, das ist natürlich die souveräne Führung für den U20-Europameister.